So meine Freunde und Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Showdown-Aufnahme. Ja, lange ist es her, Showdown ist echt ewig her, also obwohl ich das öfter gemacht habe als WiFi-Battles, aber die WiFi-Battle-Woche, dann ist ORAs rausgekommen, aber ihr wisst Bescheid. Und wir sind heute nicht alleine und auch nicht mit Chicken-Dish, wie sonst immer. Wir sind heute mit dem Zock-Sent hier, der kann sich aber selber vorstellen. Jo, ich bin der Zock-Sent, ich mache seit zwei Tagen Videos, nee, seit gestern. Und ja, ich mache hauptsächlich... Und was sind Ihre Stärken und Schlechen? Die hauptsächlich, ähm, was hast du gesagt? Was sind Ihre Stärken und Schwächen? Wieso sehen Sie sich so in diesem Beruf als YouTuber? Nein, Spaß, beiseite. Also Leute, Zock-Sent hat gerade fresh angefangen mit YouTube, macht auch ein paar Showdown-Videos, könnt ihr auf jeden Fall mal seinen Kanal auschecken. Und ja, wir machen einfach mal heute eine lustige Challenge, das habe ich schon mal mit Chicken-Dash gemacht. Also wir haben hier diese Random-Seite, wir drücken hier einfach dann auf Randomize, er macht das ebenfalls. Dann können wir das einfach in den Showdown importieren und kämpfen dann mit diesen Teams, das wird auf jeden Fall richtig lustig. Und ja, bist du bereit? Gut, dann drücken wir beide mal auf Randomize, dann fließt kurz die Seite, es dauert nicht lange. Okay, ich habe mein Team und, oh Gott, das Team, oh nee, was ist das für ein Team? Mann, du siehst es nicht, aber ich habe einfach so ein Gabel-Team. Ich habe nur ein gutes Pokémon. Ich habe sogar ein Uber, das ist einfach so ein halb Uber. Mann, so ein scheiß Uber wahrscheinlich, das nur im Uber, wahrscheinlich über eins der neuen oder keine Ahnung. So, jetzt erst mal auf Teambilder. Dann, warte, 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 da muss man ja, äh, 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 wie heißt der, schicken? Add, add, add und dann einfach auf, ähm, importieren. Also, ne, import, export. Export, ah, jetzt, ja, genau. Dann kann ich das hier rauslöschen und dann mache ich so und dann save, ne? Okay, ich habe es drin, oh mein Gott. EVs sind auch drin, sehr, sehr praktisch. Also auf jeden Fall, ich kann die Seite nur empfehlen. Ich wüsste hier keine Schleichwerbung oder so, aber auf jeden Fall. Oh, jetzt müssen wir jetzt mal ein Deutsche. Ich bin ein Deutsche, dann kannst du mir eine Challenge, beziehungsweise eine Anfrage schicken. Auf jeden Fall ist das, das macht, also ich finde, das macht auf jeden Fall übertrieben viel Spaß. Jo, ist lustig. Ist halt wie Wondertrade, Leute, nur es geht halt viel schneller, würde ich jetzt mal sagen. Wobei du in Wondertrade jetzt keine perfekte Faust kriegst, aber ihr wisst was. Und der Vorteil ist noch, wenn man jetzt hier Random Battles macht, sind die Level auch anders, aber hier ist das halt alles auf dem gleichen Level. Ja, ja, alle auf 100 dann. Oh mein Gott, wenn du mein Team siehst und dir dann denkst, okay, auf Level 100 reißt das immer noch nichts. Selbst gegen Level 1, na, Spaß. Bist du, bist du in der Deutschen Lobby? Ich bin da drin, dann bist du da drin. Okay, warte, warte, wie heißt denn du gerade? Ich habe, oh nein, ich bin ja noch mit Thomas Power on. Gut, dann muss ich mich tun. Okay, Leute, das ist jetzt so ein kleiner Insider. Wir haben hier unseren Letter-Account Thomas Power. Also ich bin gerade nicht in meinem Silver FFB drin, aber naja. So eine Challenge, stehe ich mal. Warte, warte, nee, warte, nicht Random Metal. Welche Tiers sind das? Wir machen OU, weil... Nee, Ubers muss ich machen, ne? Er macht Ubers. Ja, Ubers und dann muss ich das Team hier auswählen und jawohl. Das Böde ist auch, die Mega-Pokémon werden seit diesen komischen Showdown-Absturz, der ist ja der ganze Server abgekackt. Ja, nicht mehr... Ja, das kommt... Andrum. Passt du schon draufgedrückt? Ich muss die Ability von Einfachmann ändern, die ist nicht zugänglich. Achso, okay, ja. Gut, dann hau ich einen kurzen Cut rein. Wir sehen uns gleich, Leute. Ja, ja, ich hab dich schon wieder gerne. Achso, ja, gut, dann eben nicht. Jetzt haben wir schon drei Runden rumgeredet, aber egal. Boah, schaut euch mal sein Team an, Mann. Was hat denn der und was hab ich? Mann, wie unfair. Schau dir mal mein Team an. Kokuna setzt Erdner ein. Ja, Kokuna macht dich kaputt, Alter. Das hat alles... Alter, das hast du genau bessere Attacke als Erdner. Jetzt hast du genau bessere Attacke als Erdner. Mann, schau dich mal, er kann die Rocks rauslegen. Und jetzt macht er den Timer an. Sehr gut. Wieso musst du da mit liegen? Das Ding ist... Aber das Ding hält fast sogar aus, Shiggy, ne? Ich hab einen Eboliten gespast. Ja, ich hab mich doch auch. Hmhm. Ha, nein. Nein, so eine Scheißfähigkeit, Mann. Egal, dann muss ich eben in den Boss höchstpersönlich gehen. Nein, nein. Nein, nicht Kokuna. Wir waren beste Freunde. Wie kannst du das nur tun? Mann, Kokuna. Wir sind damals sich dick und dünn gegangen und jetzt musst du mich verlassen. Was, ich bin schneller? Was? Kokuna. hat ihr schaden gemacht ist der tollste tag in meinem leben oh mein gott ich hab grad tränen in den augen kommt gut ist ein gutes pokémon muss hat jemand eigene kaum kämpfen mehr oder weniger sie ja gegen thomas power also denkt dran wenn ihr die leider seht ganz oben steht immer thomas power ab jetzt macht das für schaden man ich habe ich keine recover move tötest mich jetzt nicht oder was nett das nicht heute schneller verdammt schneller das war jetzt egal es kann sich die schädig machen ich kenne dein team okay du hast du hast manche stelle gefunden aber lasst mich nicht egal ich habe ja noch den hier unterten was macht er fast schaden jetzt kann ich mich auf sei jetzt kommt der überraschungsangriff okay dann weiß ich dass du drin bleibt deswegen verdammt das trifft ja nur neutral egal kräftest auch kann ich weiß hintereinander warum warum es war ja nicht das ist oder trifft weil leute macht ja gar nichts das macht ja einfach mal gar nichts das macht einfach mal gar in der auch ein fucking mutige aber diese prediction ist einfach will jetzt jetzt musst du weinen weinen bitte bitte weinen jetzt erst mal weinen mein einziges pokémon das einigermaßen was reißen egal zack man war was ist jetzt machen es wird gesweept ok das jetzt habe ich ein problem es wird gesweept und er hat noch so einen scheiß ballon die ja hohen manche ich einfach den boss höchstpersönlich rein holen oder sie sich auf so noch besitzt das ist jetzt zu mit die kürzern hinsicht mit schweiß bändet ist der mensch ist bändet es ist der harten hat ist der hiefer und schuldig er kommt mit schweiß werden sei warum nicht Ich sag mich hier nicht mal gut ab. Nein, du bist ja echt nicht Scheißband. Egal, die Hydropopole nimmt dich raus. Guck mal mal ein bisschen an. Warte. Ach, nein, ich Idiot. Wie dumm bin ich eigentlich? Ja, okay, jetzt wird gleich 30 mal in die Kommentare stehen. Höhöhöh, sagen wir die nur. Mann, egal. Sweep. Nein, einfach 2%. Einfach 2%. Das war so süß. Ein sehr effektiver Fireblast mit 20% ist auch nicht das Wahre. Mann, egal. Dann muss ich es eben so richten. Oh, du bist mir voll auf den Leim gegangen. Oh, jetzt gibt es ein Sweep. Bam. Kritiker, der hatte gemeldet. Nee, der hat schon 48 gemacht. Ja, ja, da min-max-dermisch hat gemacht. Min-max-trip. Egal, ich bin eh schneller als du. Bam, pack, Walter macht das viel. Ich bin mehr lange. Nein, verdammt. Ja, ich bin immer noch schneller. Hallo, ich weiß, wie viel ich einfach habe. Ich bin immer noch schneller. Echt immer noch. Fick dich. Fick dich. Egal, du kannst eh nicht mehr gewinnen. Doch, Mann. Hast du's Lerblitz? Hat ins Gesicht, Alter. Was ist das? Was war das? Sky, das ist der Me-Heap oder so ein Kack. Wieso hast du Rückschluss gekriegt? Weil du, äh, Bollenheim. Nee, Aftermath, deine Fähigkeit. Okay, was? Finalschlag, oder? Ja, Finalschlag, Finalschlag, Finalschlag. Okay, komm, du kannst mich nicht One-Shot, komm, One-Shot mich nicht. Ha, ja. Komm, überlebe ich die Rocks, überlebe ich die Rocks. Selbst wenn ich hatte, ich hätte, ich hätte danach... Ich hätte es die Bombe, ich verschneide. Egal, ich hätte danach noch den Boss höchstpersönlich, dieses komische... Komm, noch ein Battle hinterher, oder was da los? Okay, ja, auf jeden Fall. Es macht auf jeden Fall richtig Spaß. Ähm, dann werde ich mal hier mein Team machen. Das könnt ihr natürlich auch alles sehen. Ich hätte das jetzt cutten können, aber da ist es besser, das Feeling. Und schauen wir mal, ob mein Team jetzt besser ist. Naja, ich bin auch mal gespannt bei mir. Alter, nicht schon wieder. Na gut, ich hab... Ich hab voll die Boden Chor, Alter. Ich hab richtige Chor. Ich hab drei einigermaßen gute und drei richtig zum Abfuck. Ich hab ein Pokémon sogar gleich, wie du gerade. So, ähm, dann muss ich das hier wieder in Teambilder eingeben. Bla, 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 bla. Import, Export, muss ich alles rauslöschen. So, und dann Save. Und dann bin ich auch schon soweit. Ähm, warte, wo warst du jetzt gerade? Jetzt ist dieses blöde Aufnahmefenster hier. Zock, send, place. Manchmal muss ich immer mein Aufnahmeding hier... Äh, äh, warte, Ubers, ne? Hast du ein Uber? Äh, nee. Okay, ja. Ich hab dich dann einfach ein Ubers gefordert, da ist ja eigentlich eh das Tier. Oh, Hidden Ability Unreleased, Alter. Die ist bei dir unreleased. Ich hab, ich hab'n Ember, der hatte Reckless als Fähigkeit. Oh, okay, 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 dein Team ist... Hey, du hast ja auch das Ottero, Ottero. Komm, komm, wir lieben beide mit Ottero, okay? Wie, ich hab' grad dieses Arschloch-Ritsche gegen Arzt. Ja, äh, wenn du's gegen mich einsetzt, ich kann am Ende immer noch sagen, na, erinnerst du dich noch? Ja, aber auch. Kennst du dieses Ding noch? Ja, aber auch. Das ist meine große Rache. Nein, lehne doch mit Ottero. Oh, was tust du? Hex? Ähm, ich weiß gar nicht, wie Megakamera ruft, was das für Stats hat. Es hat richtig guten Spezialangriff. Oh, sieht man auch hier. Er, er macht's einfach. Er tut es einfach, ohne Gnade. Ja, genau. Nee, Mann. Was? Mann. Mann. Kann man eigentlich durch ein Ding flinschen, durch ein... Ey, kann mir doch niemand sagen, dass das Skill ist, Alter. Das ist nur auf Hex, Mann. Viermal! Mann! Was soll der Scheiß? Und ich hab meinen Slow-Start verloren. Ey, das kotzt eine Hichte ich an. Fuck, komm, Confuse Ray. So, komm, jetzt noch ein zweites Mal hintereinander. Nein, er hat den Scheiß Slow... Nee, wehe, du machst so weiter. Ich lösche die Auflage, du kannst nichts dagegen tun. Jetzt komm, bitte triff. Oh, Mann! Ich raste gleich so aus, Mann. Fuck, jetzt ist irgendwas am PC hängen geblieben. Entwisset. Nee. Nee, sowas lade ich hier nicht hoch. Nee. 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 Seh ich nicht ein. Nein, fahr. Jetzt komm schon. Endlich! Jetzt frisst mein Scheiß Eis. So ein Eisschad wird schon reichen. Mann. Ha! Ich bin nicht auf den Eisschad gegangen. Ha! Are you mad, Wurst? No, ich bin Baratwurst. Äh, öh. Mann, treff doch! Diese Scheiß-Rigigigas. Ich tu... Ich tu einen Link in die Beschreibung, dann könnt ihr euch anschauen, wie er von den Rigigigas zerfetzt wird. Das ist meine Rache. Meine Rache naht. Mann. Dornfand kann ich ihn noch behalten. Ich hab ihn... Oh, Aquajet. Oh. Jetzt will ich's wissen. Oh nein! Der Sweep kommt! Der Sweep! Nicht der Sweep! Alter, diese Defensivwerte sind einfach zu heavy. Crit! Komm, Crit! Du hast die Kreuzschere, tu es! Yes! Ich bin too strong for you! Tschüss! Verdammt! Ich wusste es! Ich wusste, dass du meinen Rhyperia Switch predictest. Ich wusste... Ich wollte einfach nochmal eine Prio rausbringen. Weil du hättest mich sonst getötet. Stimmt auch. Du wirst dir schon... Aber... Guck es dir an! Oh nein, ich liebiscus! Sehe die Swag auf! Küss mich! Nein, ich hätte Chester Rest! Ne, ich hätte Rest. Aber kein... Ne, Volid. Aber abgesehen davon. Dann ist es wohl jetzt an der Zeit. Dass ich meine Geheimwaffe raussehe. Und... Jetzt geht's ab, Junge. Wehe, du hast jetzt so ein scheiß Confused-Ding. Wehe. Ich weine. Nein! Ha! Stirbt, Schlampe! Jetzt friss meine Attacke. Oh, dieser Reim. So. Er kann nicht nur durch Hacks! Er kann gar nichts, Mann! Komm, schlag dich selbst! Mann! Scheiße! Ey, es kotzt mich so an! Hallo, liebes Kuss. Äh, OP. Ich freue mich gar nicht gerade, dass das überhaupt irgendwas... Reißt. Außer Reiß. Öh, öh, öh. Der war schlecht. Crit, komm! Was, Crit, hä? Jetzt kommt Treffen, Mann! Ja! Verdient, Schlampe! Mann, hat mich das jetzt aufgeregt. Oh Gott. Oh, nee. Er hat seine Geheimwaffe dabei. Er hat die Geheimwaffe... Da hat sie jemand hier drin mit, ähm, mit Solarstreuen und Energiekraut. Und du hast so gegen so einen Wasserpock und du dachtest, du warst dir so richtig sicher, ne? Ja, bestimmt. HP Grass sieht man ja noch ein paar Mal, aber das... So, jetzt stimmt. Und, warte. Nein, das reicht einfach und es ist schneller. Ich bin ein fucking... Ja, aber nur durch Hacks irgendwas gewissen. Sonst hast du gar nichts gemacht. Are you mad, Wurst? Are you mad, Wurst? Äh, das reicht einfach. Das reicht einfach. Hier kommen super Crit, das ist hier, Digga. Komm, schnell. Was, ich hab keine Energiekraut. Jetzt kommt X-Söse... Nein, bist schneller. Nicht, hab... Überlebe ein Solarbeam. Äh, aber nur durch Hacks, nix an Skill, Alter. Einfach nur Confused die ganze Zeit. Jetzt haben wir 1, 1, 1, und trotzdem fast verloren. Das passt auf 3, kommt ja. Ja, aber trotzdem fast verloren, ne? Komm, du hattest die wesentlich, äh, höhertierigen... Ja, das hat doch nichts damit zu tun. Was ist das für ein Scheiß-Team? Bitte lass mich nochmal drücken, okay? Bitte. Ja, okay. Okay, gut. Darf ich aber auch nochmal drücken, hab ich gehört. Ja. Ja, das kann man wenigstens spielen. Das sind zwar auch wieder 2 Gammel-Pokémon. Mein anderes Tier von, äh, Bestand aus Liebesgroß, Bidiza und Shiki. Und so ein Kack. Ja, aber Shiki ist ja gar nicht scheiße. Das hatte ich vorhin kaputt gemacht. Aber Bidiza, hallo? Die Bidiza zerfetzt dich. Ähm, warte, warte. Ist das der kleine Bruder von Digga-Speed, oder was? Ja, klar. Alter, Digga-Speed. Du hast es so unterschätzt. Du hast es so unterschätzt. Digga-Speed killt einfach einen Greninja mit 60% noch mit Quick Attack. Das ist so heftig, ey. Das ist der Boss, der Alpha, und jetzt wird es auch noch verstanden. Ja, toll, jetzt habe ich den, jetzt habe ich den Link von der Seite da reingepostet, das wollte ich nicht. Ähm, so Export to Showdown, sowas, ne? Nein, das war anders, ganz, ganz anders. Stimmt auch wieder. Ähm, so, ups, jetzt bin ich in die... Alles safe, alles safe, bei mir. Okay, ich bin auch schon soweit. So, warte, wo sind hier der Chat hier? Ähm, dann challenge ich dich mal. Hast du Uber? Ja, ich mach einfach Uber, sicher, sicher. Ich habe keinen Uber, oder habe ich Uber? Hoffentlich habe ich keine Hidden Ability, ey. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Du mit deiner Hidden Ability. Und? Ich habe einen. Wow, einmal nicht. Schon wieder Rikikikos. Geh weg. Geh weg, geh nach Hause, ich hasse dich. Aber ey, nur so ein Leidwesen. Ich habe keinen Fluss, ich habe Thunder Wave. Hm, hm, hm. Tja, dafür habe ich den perfekten Konter. Ich habe den Drain Punch, du. Na und, ich habe zwei der Drain Punches. Yeah. Das verpiss dich, Mann. Ich hasse dich. Ich hasse dich, Mann. So. Nein, er hat den. Natürlich Crit. Jetzt gib mir den Freeze, komm, Freeze. Freeze! Nein, das ist nicht mehr. Kein, ich erschrocken. Heul dich rum. Nein, natürlich. Natürlich. Ich habe, ich habe Fire Move, das haut dann ja auf. Ja, aber nicht, echt? Ja. Ja, ob der Gegner oder der Mann selber das einsetzt, glaube ich, irgendwie. Ja, wenn man es selber einsetzt, bin ich mir nicht sicher. Weiß ich gerade gar nicht. Egal, free! Oh, Mann, geh weg. Lass mich doch einfach in Ruhe. What's up? Lass mich doch einfach sterben. Tja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Trick 17 ist, fick dich. Okay. Du kannst einfach nichts gegen das Ding hier machen. Lass mich in Ruhe. Ha, wo ist dein Confused oder deine Thunder Wave jetzt, hä? Wo ist dein Gott jetzt, Bitch? P-P-Bitch. Jetzt, okay, von dir. Ja, jetzt, jetzt weißt du, ne? Die Aufnahme ist leider beenden. Ja, ja, klar. Jetzt kommt Para-Hacks. Bam, Para. Nee, leider nicht. Egal. Shadow Ball. Ja, setz dich da oben. Hyper Voice. Kannst du machen. Du kannst mich eh nicht Gritscheid angreifen. Komm, crit. Komm, töte mich, komm, töte mich, komm. Ja, töte mich. Jetzt hast du deinen Konter verloren. Jetzt hast du deinen Konter verloren. Ich hab noch einen. Ich hab immer einen. Ich hab einen TV, ja. Nein, nicht den TV. Oh, nee. Brave Bird. Ewig. Träum, weiter. Jetzt gibt's Moxie Sweep. Ist alles vorbei, mein Freund. Das ist überlebig. Nein, überlebst du nicht. Dann, ich mach den Zarp. Oh, du machst den TV. Oh, Outplayed. Outplayed, sorry. Outplayed. Und jetzt gibt's den Superpower, die reicht. Ich überlebe. Ja, egal, bringt dir eh nix. Du kannst ja nicht immer das Herz, mein Zapp nicht mal kaputt machen. So, jetzt gibt's einfach den Brave Bird. Oh, dieses Ding. Was tust du jetzt? Was tust du jetzt? Es gibt jetzt nämlich... Ich hab deine einzige Schwäche im Team. Trifft mich neutral und reicht nicht. Jawohl. Komm, super Crit des Todes. Ja, okay, dann eben nicht. Egal, ich hab Aqua Jet. Haha. Überlebe ich. Haha. Haha. Nein, überlebst du nicht. Das ist ein Crawl, dann können wir uns too strong. Wann, warte mal, war Scheu-Scarf, hab ich gerade so bemerkt. Ähm, wieso hab ich keine Kaskade drauf? Komm, komm, überlebe ich. Und? Jetzt kommt Bummel, super sweet. Kann ich mich nicht hören? Nein, ich konnte! Ich hab sie verloren. Okay, gut, jetzt kommt das Schlimmste, was hier passieren kann. Ein... 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 Nee, wer heißt das? Ein Icognito mit Hidden Power Electra kill dich. Das ist das Peinlichste, was hier passieren kann. Du wirst an Icognito gekillt. Ich würde jetzt schon weinen, wenn ich ehrlich bin. Nein, Mann. Ich weine nicht. Nicht über so eine Scheiße von dir. Naja, auf jeden Fall was. Da weine ich nicht. Da bringe ich mich gleich um. Egal, ich hab gewonnen, war verdient. Den letzten Kampf hast du eh nur durch Hacks gewonnen. Hättest du sowieso fast noch verloren. Yeah, wahrscheinlich, oder? Kein Spaß, okay. Wir sollten es nicht übertreiben. Auf jeden Fall, Leute, das war es von der Aufnahme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir haben genau fast 20 Sekunden. Und damit sage ich, Leute, ciao. Lasst diesen Video, wenn es euch gefallen hat, eine positive Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Talk10 vorbei. Abonnieren. Favorisieren. Genau so, Leute. Seht ihr. Und disliket sie alle. Nein, Spaß beiseite. Einfach einen schönen Gruß da lassen. Und ja, das war es von mir. Das letzte Wort gebe ich dir. Tschüss. Boah, nicht gleich so kreativ. Also, ciao, Leute.